Der Zuner-Mikrofon und ich möchte euch jetzt das neue Item vorstellen, was heute ins Spiel gekommen ist. Die Feuerwerk-Leuchtpistole, die macht 60 Schaden, hat ein Magazin von 6 Schuss und erinnert ziemlich stark an unsere alte Leuchtpistole. Eigentlich ist es auch nichts anderes mit dem Unterschied, wenn ihr hochschiedt, bekommt ihr ein großes Lagerfeuer zu sehen. Und ja, eigentlich nichts anderes, es macht 60 Schaden, wenn ihr einen Gegner trefft, trefft ihr irgendwelche brennbaren Gebäude oder Holz oder irgendwelche Böden, dann fackelt das Ganze ab, was natürlich super interessant ist für alle Leute, die noch den Bauen-Modus spielen. Aktuell zähle ich mich leider nicht dazu, aber wenn dann ein Gegner sich hochbaut oder schön mit Holz baut, dann geht er einfach ein bisschen aus Entfernung mit der Leuchtpistole dran, ziert auf sein Gebautes und schon fackelt alles einfach ab. Und ihr könnt den Easy unten abpflücken. Ja, dann zeige ich euch das Ganze jetzt hier noch am Gegner hier, zack, 60 Schaden, ihr habt das weiße gesehen. Also auch nicht schlecht, wenn sich einer einkämmt oder so, einfach mal reinballern und fackelt ihn ab. So, jetzt zeige ich euch hier nochmal gerade ein Kill. Ich habe den hier kurz markiert, beziehungsweise versucht zu markieren, hat jetzt irgendwie hier gerade nicht funktioniert. Aber das war auf jeden Fall die Feuerwerk-Leuchtpistole. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn ihr neu seid auf meinem Channel. Vergesst nicht mehr zu abonnieren. Bis dahin, meine Freunde, haut rein.